Mein Name ist Günter Rössler, ich bin der erste Vorsitzende des Skiclub Soland 1928 e.V. Und wir nutzen seit zwei Jahren hier dieses wunderschöne Gerät, den Pistenbully PP100, mit dem wir die Läupen präparieren, Wettkampfläupen, aber auch die touristischen Läupen hier im Solander Skigebiet, unsere Sprungschanzen damit präparieren und auch den alpinen Abfahrtshang. Wir sind sehr stolz auf dieses Gerät, es erleichtert uns sehr die Arbeit und wir können immer aktuell bei der richtigen Schneelage für die richtigen Wintersportbedingungen sorgen. Eine ganz wichtige Anlage mit beim Training und beim Wettkampf hier im Skierial ist diese Aufstiegshilfe, der Kinderlift. Wobei da der jeweilige Springer mit dem Ski auf dem Rücken sozusagen wieder einen Ablauf hochkommt, es ermöglicht uns beim Training dadurch auch wesentlich mehr Trainingssprünge zu absolvieren und so das Training intensiver zu gestalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.